Musik Ja, sie war auch schon in sehr vielen Fernsehsendungen zu Gast und heute hat sie einen Titel mit dabei, der im Jahr 2017 sehr viel Glück gebracht hat. Nämlich Bilderbuch und ich freue mich jetzt auf eine sympathische Steierin, auf unsere Nathalie Holzner. Tausende Momente festgehalten, ein Bild kann so viel erzählen. Von all den Geschichten, die Tag und Nacht an dir vorüber gehen. Die ersten Jahre, die ersten Schritte, du hast vieles ausprobiert. Und für deinen Traum so manches riskiert. Musik Du denkst noch gern daran, was dir keiner mehr nehmen kann. Das alles bist du, im Schatten und Licht, mit leuchtenden Farben in deinem Gesicht. Es ist dein Tag, er kann für immer sein, ein Augenblick. Du bist ein Geschenk, wir feiern das Leben in diesem Moment. Wie eine stille Erinnerung in deinem Bilderbuch. Musik In deinem Bilderbuch In deinem Bilderbuch Musik Du hast gelernt, im Regen zu tanzen. Läuft nicht alles nach Plan, statt aufzunehmen, fängst du noch mal von vorne an. Ohne Flügel fliegen, das kannst nur du und ohne Angst nach vorne gehen. Denn da sind Menschen, die immer zu dir stehen. Dann denkst du oft daran, was dir keiner mehr nehmen kann. Das alles bist du, im Schatten und Licht, mit leuchtenden Farben in deinem Gesicht. Es ist dein Tag, er kann für immer sein, ein Augenblick. Und du Sterblichkeit, das alles bist du, du bist ein Geschenk. Wir feiern das Leben in diesem Moment. Wie eine stille Erinnerung in deinem Bilderbuch. Mit 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 deinem Bilderbuch. Das alles bist du, du bist ein Geschenk Wir feiern das Leben in diesem Moment Wie eine stille Erinnerung in deinem Bilderbuch In deinem Bilderbuch Wie eine stille Erinnerung in deinem Bilderbuch